Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, wir haben letzte Folge den kleinen Videl getroffen, haben ihm sein Buch wiedergegeben. Und jetzt wollen wir mal nach hier hinten schauen und hier ist einiges los auf der Brücke. Mal gucken, ob wir hier so durchkommen. Ja... Noch. Da, den will ich auch noch. So, was haben wir hier? Es war schrecklich, nicht so viel zu sagen. Du willst meine Tipps? Bleib weg von dieser Isle all zusammen. Aber wenn du gehst, schau dir das Guggeräusche. Was bedeutet das Pirate von Class 4? Ich habe das nie gehört. Es ist ein Klassifizierung die Abbey benutzt, um ihre Strategie zu informieren, um die Strategie zu informieren, um wie gut sie können die Dämon Outbreak in einem Bereich zu behandeln. Administrativ Zone Classes 1-3 haben sich verwendet, eine Stabilität von Exorcisten zu ermöglichen, um die Bevölkerung zu helfen. So... Klass 4 Administrativ Zones sind die, die noch nicht sicher sind? In einem perfecten Welt, das ganze Kingdom würde sich protected. Aber es gibt einfach nicht genug Manpower zu gehen. Die Abbey doesn't senden Exorcists zu remote areas in far-off Islands. Insofern, sie evitieren die Gefahr, indem sie diese Bereiche zu ermöglichen. Aber dieser Pirate hat gesagt, dass er nahe zu einer Island gekommen ist. Das sind die Polizisten eigentlich verpflichtet? Sie senden out an official notice to stay away, and that's all. It's not like they could blockade every tiny remote island out there. So you're free to dive into the deep end if you want. But no one will come to your rescue. Hope you know how to swim. If they could keep the demons in check, they wouldn't have to tell people to stay clear. Frankly, I think the Abbey just doesn't want to go near places like that. In other words, these are dangerous places that the Abbey has washed their hands of. Makes you wonder how much they can administrate these places when they're not willing to get their hands dirty. Are there many Class 4 Administrative Zones? I've heard of ten such regions in my time working as an inspector for the Abbey. But I'm afraid I couldn't tell you their exact locations or their current status. If the Abbey abandon this island, it's probably safe to assume that it's getting to be pretty dangerous. If we go there, we're gonna want to be prepared. Okay, du kannst nun zu einer Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Die Frage ist, ob ich das überhaupt will. Diese Insel war so ein Morast, dass ich dort fast versumpft wäre. Mir ist noch ganz morderig im Kopf vor lauter Schlick. Okay. So, ich mach grad nochmal neue Speicherdaten hier. Hier haben wir noch ein Ausrufezeichen. Demons! There's more of them! A whole band of them rampaging through Warwick Forest! There was already one dangerous demon in those woods! And now we have more! And they're still on the loose! A lot of Exorcists have come to deal with them, but... What do these demons look like? That's what I want to know. Those Abbey people won't tell us nothing. Every time a demon comes around, it's all, show us your cargo this, and don't leave port for a while that. How are we supposed to catch any fish? These demons really are a pain in the neck. If I was an Exorcist, I'd lay down some justice, I tell you. At the end of the day, it's not the demons or the Exorcists that have it rough. It's us normal folk. Anyway, you guys should be careful. There are demons about it. Thanks for the warning. Tja, da eilt uns Voril wieder unser Ruf voraus. Aber niemand weiß jetzt zum Glück, wer wir sind. So, Muskat hatten wir hier und hier haben wir rätselhaftes Fleisch. Okay. I- You stay calm too, okay? And you've all taken your Salatoma? Yes, sir. And nobody died? All still kicking. Compared to your curse, sir, the sickness was tiny potatoes. Alright. Then let's get ready to sail out. Already done, sir. We're ready whenever. Ha, ha, ha. The Pirates' Creed, huh? There's worse out there. Okay, das heißt, jetzt geht es dann doch in südliche Gefilde, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Die Mannschaft ist wieder da, und zwar fieser als eh und je. Wir setzen Kurs auf Isold. Echt, so hieß das? Genau, da waren wir hin. Stadt der Südmeere. Die Mannschaft Die Mannschaft Die Mannschaft Die Mannschaft Wirkung ist nicht mehr, die der Eifried. Aber ich bin froh, dass alle, die auf dem Saison fühlen sich besser fühlen. Ja. Niedelt man sich, die die Zallatoma zu never wieder will das Zollatoma zu touchieren. Ha, 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 ha. Was, Alinor? Sie ver дорогa, und ihr Gesicht standen WAH!! I don't mean how she looked. I mean how she actually feels. Oh. Well, she looks like she feels better, too. Good. You're worried about her, aren't you, Velvet? No. It's nothing like that. Let me tell you something, kiddo. When young maidens ripen, they have trouble expressing their feelings. So Velvet's... ripen? Mogilu! Quit giving Lopisette confusing thoughts. No trouble expressing those feelings, I see. The Abbey is supposed to exist to bring peace and order to the world. Everything the Abbey does, everything Lord Melchior and Shepard Artorias do, it ought to be rooted in that mission. And yet, something just doesn't feel right here. You are dismissed. That knowledge is not for you. Something wrong? Whoa! Easy there. Just asking. S-sorry. I was just deep in thought. Is there something you need from me? Nah. Just heard a bunch of sighs and wondered if you were feeling sick or anything. No. I drank my Salatoma juice. Ah. Tasted like crap, didn't it? It... it wasn't that bad. Hey. What? Are you afraid of demons? No. I... I... I am not. It's more like I... despise them. Ten years ago, a group of them attacked my village. They destroyed everything. And everyone. Including your family? Yes. The only family I had at that point was my mother. And in all the chaos, she... All I have left of her is this hand mirror she gave me. I didn't want anyone else to have to feel the way I did. And so, I became an exorcist in order to destroy demons. So you can keep your pity. Gotcha. I will then. Auch kein leichtes Schicksal, was Eleanor hinter sich hat. Das muss man schon sagen. What is that? That's called a pangyon. A type of bird native to this area. Awww. Pangyon. Their meat is succulent and tender. And makes a lovely stew. Wow. What's it taste like? You'd eat that poor thing? Savage. You're one to talk, demon. It was one of my mother's specialties. Alright. Enough of the chit-chat. Magilu. What's this grimoire friend of yours like? Hmm. Well, how do I put it? You know, like that. Like what? Well, to put it in a way those of meager imagination can understand, Grimm's got a sort of listless aristocratic air about her. A noblewoman in her twilight, you could say. Huh. So you mean, like a woman, but different from Velvet and Eleanor. You're not wrong there. Tell you what. Just keep an eye out for a grown woman. Uh, grown woman. Okay, I got it. Well, since we got her name, we could start by asking around. Exactly. Now you're talking. What's up, kiddo? Magilu, you're a grown woman yourself. So why is it you have trouble clearly expressing your real feelings? Good question. Put simply, a long time ago, mine broke. Bagau! Cha-pum! Bye-bye! Your feelings broke? Come on. Let's question the townsfolk. Oh. Südseemusik. Als ob auf Ölfässern gespielt werden würde. Ah, love it. Love it. Ich will gerne hier runter, bevor wir anfangen zu quatschen. Denn, oh, hier sind Katzgeister. Roter Lavendel. Okay, jetzt sind wir schon im Dorf. Ich will, aber ich, eigentlich will ich gerne den normalen Weg gehen. So, weil da oben war ja auch noch jemand, mit dem wir quatschen konnten. Und hier hinten ist noch mehr zu finden. Traumherring. Komme ich jetzt hier überhaupt wieder hoch? Nö. Ja gut, dann müssen wir halt doch diesen Weg hier nehmen. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wie schön, wie schön, dass sie ist. Das ist ja, das ist ja, das ist ja paradiesisch. Ja, dann hören wir uns doch hier mal ein bisschen um. Zur Zeit meines Vaters war Südkent ein Paradies, wo man einfach nur zu fischen brauchte. Heutzutage wird man auf der einen Seite von Dämonen und auf der anderen Seite von den Regeln der Exorzisten erschlagen. Ach, meine Generation hat das schöne Leben verpasst. Oh, ihr seid alle aus dem Norden? Willkommen in Isold. Südkent besteht aus hunderten tropischen Inseln. Früher hatte jede Insel ihre eigene Stadt, aber durch die Dämonenpest haben wir die meisten von ihnen verloren. Aber habt keine Angst, wir haben hier auf der Insel viele Exorzisten, die für unsere Sicherheit sorgen. Mhm. Ohne sie hätte ich ja auch so eine Angst. Äh, kennt ihr eine Frau namens Grimoire? Aber es war Lafisette. Sie hat das Temperament einer lustlosen Aristokratin, wie eine Adlige an ihrem Lebensabend. Nein, tut mir leid, aber eines kann ich dir sagen. Ein Junge in deinem Alter sollte so etwas nicht sagen. Pass auf, dass du dir nicht die Zunge verbrennst. Na gut, tut mir leid. Äh, es ist ihm ja nicht anders beigebracht worden. Wollen wir hier mal reingehen? Ist das hier ein Gasthaus? Eine Kirche. Ich hatte einen Zwillingsbruder, aber er starb, als ich klein war. Er ist nun schon seit 60 Jahren tot, aber ich bete immer noch für den Frieden seiner Seele. Herzliches Beileid. Starb er bei einem Unfall? Nein, er litt an einer zwölfjährigen Krankheit. Er hörte den Ruf der See und des Windes, was ich selbst nie konnte. Er war immer so ein reinherziger Junge. Ich glaube, ich gehe jetzt erst mal wieder nur noch zu den Ausrufezeichen, ne? Ansonsten haben wir hier so ultra viel. So. Huh? Er schau dir die Erfste. Und dann haben wir sie zu den Greaten Empyreien. Von der Bein von deinen Tränen schläge, du wirst, du sie verletztest. Ist das so? Du sagst, ich muss nur die Schmerzen zu verletzen, all die Schmerzen ich habe getan? Ja. Schmerzen deine Schmerzen, mein Kind. Er ist sicher, dass NONE ist außerhalb der Beinigung der Empyreien. Empyreien? Hear my confession. When I was in prison, I instigated a riot and used it to break myself out. Then I set fire to some warehouses in town and stole a ship to make my getaway. Then I teamed up with some pirates to destroy a military fortress. I killed anyone who got in my way. What? What do you think, Father? Will the Empyreans forgive me? I... I think you should turn yourself in to the Abbey and let them help you repent. That's convenient. I'm already planning on going to the Abbey. You see, I'm going to kill their boss, Artorius. I need an exorcist over here. Quick! Somebody! Anybody! That's about how I figured it'd go. Sehr gut, was? Wir können auch mal mit ihm sprechen. Come, sinner! And repent your wicked deeds! Are you talking to me, perchance? I am. You look so deeply sinful, I wouldn't even know where to begin. Now confess! Oh, how long have I waited to bear my soul to someone? But I've always lacked the courage. Praise be to the Empyreans who have bestowed upon me. Give me this chance today! Ah, your devotion to the Empyreans is most... No! It is you who has captured my devotion, my darling! There's no one else I want but you! What? M-me? But my life is in service to the Empyreans, I... Hush! I want you to look at me the way I look at you! Hold me, darling! Smother me in your embrace! Uh... I don't... I... I... Those were the kind of lines I read in a romance novel. It wasn't even that exciting a book. I wasted so many hours with that piece of trash. Please, forgive me for not putting myself to better use. Ah! Lying! To a priest! How could you? Oh, no! I meant to confess my sins, but instead my confession was another sin! Forgive me, Father! I've transgressed once more! Ah! I don't want to forgive you! Have we that now for everyone here? That would be funny! You can subscribe to me in the comments, if you want to hear it for the others, who we are here with us, what the priest has to tell them. And, yeah, I would say that was that for today again. We'll see you tomorrow in another episode, if you like. And, yeah, write it down in the comments. Und, ähm, ich glaube, ich werde dafür, dass wir uns das ein bisschen anhören. Es dauert zwar ein bisschen, aber es ist doch ganz lustig. Ich meine, ein Priester, der von Magilu veräppelt wird und Velvet in die Augen guckt. Okay, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Wir sind hier in Südkent angekommen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen dabei sein würdet. Macht's gut! Tschüss!